Was hat uns da gerammt? Der Lieferwagen. Aus dem wir gerade auch beschossen werden. Ich sehe euch da nur absteigen. Fahr doch einfach nochmal mit dem Transporter dagegen. Danke. Dann lass uns Abstand kriegen. Moment, ich möchte einen vorteilhaften Kamerawinkel. Und bitte. Kannst du das mit dem Seil versuchen, oder? Ah? Das sieht aus, als wird denn die... Ah! Was? Was war das? Ah! Die Irre! Die Irre ist hochgegangen! Wer? Ja, Platten. Guck mal, die sind jetzt braun da oben drauf. Sind schwarz geworden. Soll ich mal reparieren, schnell? Ich weiß nicht, ob das was ändert, aber versuch's mal. Ob du kannst. Ich weiß nicht, ob du die reparieren kannst. Davon abgesehen, wir haben da drinnen ein Rappfahrzeug. Damit es nochmal explodiert, wenn du wieder da zu fest davor fährst, ne? Ja, das hat geklappt. Wir sind wieder heile. Du hast nicht nur Reifen und Ketten im Rucksack? Wäre das nicht vielleicht effektiver mit einem Hemd und Abschleppsaal? Und davon sehen wir die komischsten Sachen. Er hat doch euch nur angedingst. Ganz bisschen. Er hat uns frontal gerahmt. Hui. Das sieht gut aus. Und auch nicht. Das war das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollten. Ich hol mal ein Hemd. Das Ding hat wenigstens ein bisschen Drehmoment. Stehst du da dran? Der Drehmoment ist vollkommen egal, Freshman. Hol ihn nicht den Hemd, weil das ist das einzige... Das ist der Sunny. Wir haben noch einen zweiten. Davon abgesehen, das ist doch genau das, was wir brauchen. Mehr Dreh im Moment. Kommt noch einer. 180. Sunny. Oh. Hat mich erwischt. Taty Tata. Du bist zwar nicht kaputt?! Du sollst vielleicht wieder stehen. Ja. Ja. Bittch. Neuer Heli! das sei schon wieder losgemacht dann glaubt mich doch nachher aus dem ich wollte es eigentlich gerade dran machen ich hab's dran gemacht und irgendwie ist meine verbindung kacke ich dachte ich jetzt schon schießt ihr ich schieße auf die drohne hat den mg glaube nicht jetzt ist dran jetzt ist dran abstand hat noch irgendeiner das sani fahrzeug pass schon wir brauchen ja auch irgendwas als widerstand schießt infanterie nordost 35 grad auf dem feld vor dem wald ich halte den hier haben seine fahrzeug stehen warum klappt die ära im rückspiegel ab das sind die ära das sind die seitenschürze fertig okay ich hab nur gesagt dass die ära mit dran ist ist er jetzt richtig was war das das war die ära ich glaube der panzer jetzt das seil wieder abmachen ist schon automatisch das passiert immer wenn man die dinger versucht zu ziehen das geht nämlich nicht ok kann man das brennende wrack jetzt nicht noch weiter durch die gegend ziehen ne geht direkt ab kann man nicht annehmen gut aufsitzen auf die drei fahrzeuge und weg infanterie oh nein